Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke und ihr seht es schon im Videotitel, heute soll sich es eigentlich alles um das Apex Ho-O drehen, was ich mir gegönnt habe, das Problem ist nur, das habe ich die ganze Zeit schon gesagt, das Thema kotzt mich eigentlich an. Ich habe letztens extra nach der Jodotour abends gedacht, ich mache ein Video, habe mich hingesetzt, Kamera an, Bildschirmaufnahme an vom Handy, habe das aufgenommen, habe das abgefilmt, habe dazu geredet, wollte das live machen, also live, also im Video machen, wie ich das abhole aus der Forschung, aus der Meisterwerkforschung, wie ich das einfange, extra mit gelben Bären und nur mit roten Pogebellen, das hat ewig gedauert, bis das mal drin geblieben ist dann. Dann habe ich es bewertet, da kam der große Moment für mich, wo ich dachte, oh mein Gott, wie gut ist das denn oder wie schlecht ist das denn und dann habe ich das auch im Video direkt noch gepusht und dann irgendwie ein paar Tage später beim Aussortieren habe ich diese Bildschirmaufnahme irgendwie gelöscht, saß dann hier, habe die Kamerasachen alle rübergezogen auf dem PC, habe die Aufnahme gesehen, wie ich über das Apex Ho-O geredet habe und dann dachte ich, nein. Du hast die Kameraaufnahme, aber die Bildschirmaufnahme ist weg, du hast die Bildschirmaufnahme nicht mehr und dann war es schon zu spät, ich konnte es ja nicht nochmal abholen, ich habe gesagt, Pupsi, hast du deins schon abgeholt, wenn nicht, filme ich einfach deins, wie ich das abhole, wie ich das fange, bewerte und dann sage, aber das war Pupsi, hier ist meins. Aber sie hat es leider auch schon abgeholt gehabt und deswegen ist es gerade alles ein bisschen kompliziert, aber ich möchte trotzdem auch meinem Apex Ho-O eine Folge widmen, da viele Leute fragen, Ramses, wie sieht es denn jetzt bei dir aus, wie gut oder schlecht ist denn dein Apex Ho-O? Und natürlich ist es das beste Apex Ho-O, was ich bisher bekommen habe, denn das ist ja auch das allererste, ich kann kein schlechteres haben, also das ist kein Clickbait, das ist einfach nur richtig genial wieder mal. Haben wir ja damals schon gemacht, weil mein bestes Krypto-Ho-O und alle so, oh, jetzt habe ich sonst was erwartet und dabei, ah, ist ein Krypto-Ho-O. Wenn ihr gar nicht wisst, wovon ich rede, zeige ich euch nochmal ganz kurz, hier ist nämlich diese Spezialforschung, die Meisterwerkforschung von Apex, Kapitel 2 von 4 und im ersten Kapitel auf der ersten Seite gab es eben schon Apex Krypto-Ho-O. So, jetzt ist man gerade auf dem Weg, hier gibt es keine Belohnung, wahrscheinlich im dritten Kapitel, vielleicht auch erst im vierten Kapitel, ich denke mal im dritten Kapitel wird es wahrscheinlich dann Apex Krypto-Lugia geben, aber so weit sind wir noch nicht, denn ihr seht, wir müssen 30 Tage warten und 30 Tage ein Herz mit einem Kumpel verdienen. Bevor wir aber zu dem Apex-Ho-O kommen, weil heute trotzdem Montag ist und ich das zusammenfassen möchte und Montag ja immer Max-Out-Monday kommt, wollen wir jetzt erstmal die Max-Out-Monday-Sachen durchziehen, um es noch spannender zu machen, wenn ich weiß, was Max-Out-Monday ist. Das setzen wir uns ja immer zusammen und ich maxe ein paar Pokémon aus einem Event, aus einem hunderter legendäres oder mysteriöses, wenn ich was bekommen habe und ihr könnt auch Zuschauerwünsche aussprechen, welche Pokémon ich mal maxen soll. Beim letzten Mal habe ich meinen 100% Dioxys auf Level 50 gezogen, das war auf jeden Fall sehr cool, das war mein Ziel, das zu bekommen, ich habe das auch bekommen. Und zusätzlich habe ich noch 5 andere Pokémon gepusht und ich versuche immer 6 Pokémon in einer Folge zu pushen. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, was für Vorschläge kamen unter der letzten Folge. Wir gehen auf Neueste zuerst, scrollen ganz nach unten und schauen, was hier steht. Hisui, Elektroball auf Level 50 ziehen, wäre echt genial, sagt der Henry. Wir gehen also mal rüber und mir ist aufgefallen, ich habe schon einen Elektroball auf 50 gezogen, nämlich das hier. Das ist ein Level 50 100% mit 2373, das Hisui müsste eigentlich genauso weit kommen, aber weil ich auch gesehen habe, dass ich meinen Hisui-Voltoball noch gar nicht zu Elektroball entwickelt habe, ist das trotzdem was Spannendes, wir entwickeln das nämlich einmal, damit wir auch den Pokédex-Eintrag von dem Hisui-Elektroball haben und ziehen es halt dann trotzdem einfach hoch, ist zwar irgendwie doppelt gemoppelt, weil wir ja das andere schon haben, aber komm, ist ein neuer Pokédex-Eintrag für das Video, das sieht trotzdem genial aus, das wird auch gemaxed und ist dann das erste Pokémon heute. einmal hier, einmal dort, einmal maxen, auf 2430, der Tag darf nicht fehlen, Elektro und Pflanze, das sieht interessant aus, ob man damit was macht, weiß ich jetzt nicht, ich denke mal schon, aber ich bin ja jetzt hier nicht zum irgendwas da. 2430, jetzt will ich nochmal ganz kurz, Elektroball, kommen sogar höher als der normale, also von daher hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, das ist ja einfach nur Elektro, aber hier Elektro und Pflanze wäre vielleicht für GBL auch interessant, natürlich nicht mit Teckel, also Teckel machen wir mal direkt weg, wer weiß, was der noch alles hat. Jetzt hat er Donnerschock und Stromstoß, lassen wir einfach erstmal so als Elektro-Pokémon, denn damit werde ich jetzt eh nicht in der GBL zocken. Was er sonst für Attacken hat, könnt ihr ja immer leicht rausfinden, wenn ihr hier auf Top-Lade-TM zum Beispiel geht und schaut, was er alles kann und er kann eigentlich nur Sternenschauer, Energieball und Stromstoß. Ich würde also, wenn dann, Energieball als Pflanzen-Attacke noch zusätzlich geben, Sternenschauer würde ich nicht machen und ansonsten bei den normalen Attacken hat er ja wahrscheinlich nur, hat er ja wahrscheinlich nur, was sind sie denn, Teckel oder eben Donnerschock. Drückt bloß nicht einmal zu viel, sonst ist die Top-Lade-TM weg oder was anderes, aber dadurch könnt ihr einsehen, welche Attacken der überhaupt alle beherrschen kann. So, Hisui, Elektro-Ball, Hammer, nicht testen, Hammer, Lennart, das Shundo-Karbador auf 50 wäre cool. Ähm, wenn ich ein Garados auf 50 habe, möchte ich ja nicht unbedingt ein Karbador auf 50, aber... Dadurch, dass das hier ein 100% ist, wäre das was anderes, ich sehe aber, das ist schon auf Level 50, also 100% wurde damals am C-Day mit dem Go-Plus gefangen, da wart ihr live dabei im Stream, wir haben das Go-Plus angehabt beim Karbador C-Day und es ist einfach, ich... Ach, guck mal, shiny, bewährt es so durch, 100%, hab gedacht, oh mein Gott. Weiter geht's, dann, das war Lennart, hier, TT-Pro kann ich, was auch immer er möchte. Pikachu auf 50 wäre nice, äh, sagt der Baloo. Ich versuche immer die Endentwicklungen zu machen, also den muss ich hier immer 4 Sterne eingeben, das ist wichtig, wir suchen, wir nehmen ja nur 100% Pokémon. So, dann haben wir hier Pikachu, wir drücken auch mal hier durch, Pikachu, äh, Raichu, ich würde erstmal ein Raichu vielleicht nehmen. Und auf 50 ziehen, kommt nämlich dann hier auf 2467, dass man eben immer das Höchste und Beste und Brutalste hat, kriegt hier auch einen Tag, Level 50, fertig. Falls er doch noch möchte, dass ich noch ein Pikachu nehme, dann kann er das dann nochmal reinschreiben, so mogel ich mich durch. Knackrack steht hier, Knackrack, ja, brauche ich eigentlich nicht nachgucken, da sieht man, wer aufmerksam ist und wer nicht. Knackrack ist auf Level 50 auch mit 4479, dann haben wir als nächstes hier, ich schlage mal ein Omot vor. Da, muss ich sagen, werden wir auch keinen Erfolg haben, aber nicht, weil ich das nicht habe, sondern weil wir schon ein 100% Krypto Omot auf Level 50 gezogen haben. Ich glaube, ich habe mal eine Folge gemacht extra, ich pushe 100% Krypto-Pokémon. Omot also auch auf Level 50, dann 4. Versuch bei Gossi, ein Shiny Bonita. Wie gesagt, nach 10 Versuchen werde ich vielleicht weich, jetzt lasse ich mich noch nicht. Sie feiert auf jeden Fall Shiny Bonita, das finde ich sehr schön. Und mal ein ganz großes Lob an Gossi, die hat das allererste Video vom Kanal sich die Tage angeguckt und dann das allerzweite und das allerdritte und das vierte und das fünfte. Und ich habe heute, als ich mal wieder die Kommentare alle durchgelesen habe, bestimmt 50 Kommentare von Master Gossi gehabt, weil die einfach alles nachgeguckt hat. Die ganzen Anfänge vom Kanal, fand ich cool, dass die sich auch die ganzen Eierbrüt-Folgen von damals und die Sea Days und alles sehr schöne Kommentare bekommen. Also, Grüße gehen raus, danke dafür. Schon allein dafür müsste ich eigentlich das Shiny pushen, aber wir gucken mal, ob wir noch was anderes finden. 100er Raupi auf Level 50, sagt hier das Sören, also Sören, wenn ich hier Raupi eingebe, pass auf, was da passiert. Da steht nämlich, das Madbo muss erstmal auf Level 50, ne? Das ist wichtig, das Madbo muss auf Level 50, nicht das Raupi, habe ich noch gar nicht gehabt, okay. Nehmen wir das natürlich, machen auch einen 50 dran, aber wir können den Sören vertrösten, denn dieses ist auch ein 100er und das ist schon auf Level 50. Das nehme ich immer als Buddy, wenn CD ist zum Leveln, dass die Leute sehen, aha, Level up, CD 11 Uhr oder auch mal für die Raidstunde. Das einzige, was fehlt, wäre Safcon, aber das hat ja keiner vorgeschlagen. So, ein Meistergrief oder Alola Kokowai wäre nice. Meistergrief habe ich keine XL ausreichend und kein 100er. Kokowai habe ich, gut, das ist nicht, das ist ein 100er, das können wir auch hochziehen, machen wir auch, zack, haben wir den nächsten Vorschlag. Haben ein Alola Kokowai, das kommt auf 3407 mit Kugelsaat und Drachenpuls. Das sieht auf jeden Fall auch gut aus, wenn man das so sagen kann, dass das gut aussieht. Zieht es mal runter, dann seht ihr den Rest vom Kopf, ne? Gerade, wenn ihr euch das Scheini mal betrachten wollt. Das Normale finde ich eigentlich auch cool, ist jetzt aber nicht gefragt. So, wieder rausgeredet. Dann haben wir hier Alola Kokowai, genau, vom Lyrics. Dann ein Meistergrief, Alola Kokowai. Ha, müssen wir gleich noch eins machen. Ein Level 50er Warlord von TTM Vefere. Warlord. Wey, Wey, Weylord, Warlord. War? Wey? Das dürfte ich nicht auf 50 haben. Aber kann ich auch nicht. Da fehlen mir nämlich XL-Bombombs. Das wäre aber natürlich cool. Wir gucken auch nicht nach, wie hoch der kommt. Wir machen einfach jetzt weiter. Also, Level 50 Siberio wäre cool. Siberio habe ich, glaube ich, in einem Ice-Event schon mal gepusht. Siberio, Level 50, 3439. Haben wir auch schon. Ein Wohin genau wäre cool. Wohin genau? Müssen wir mal schauen, ob die Bonbons reichen. Die reichen leider auch nicht. Und wenn, dann hätte man die Auswahl zwischen männlich und weiblich. Oder halt... Guck mal, sogar der Kleine ist da als 100%. Das tut mir leid, Jonas. Schillern Ho-Oh auf Level 50. Habe ich nicht als 100%. Und... Also, weder das Normale noch was. Ich hoffe, dass Ho-Oh zurückkommt. Ich möchte Ho-Oh auch als 100% unbedingt haben. Ein Capuno oder Entwicklung auf 50. Da ich Milzer gesehen habe und es nur aus Eiern kommt, geht es schlecht mit den IV. Äh... Was heißt hier geht es schlecht mit den IV? Ja, guckt ihr es an. Milzer, 100%. 100%. Aber da fehlen natürlich die XL-Bonbons. Aber Capuno hat er gerade geschrieben, ja. Capuno. Auf die Endentwicklung. Also, Trike Falo ist auch schon auf 50. Müssen wir also so lassen. Ich glaube, langsam gehen die Ideen aus. Ditto oder Remorite. Jetzt, pass auf. Ditto. Haben wir Ditto. Ditto auf... Nicht auf 50. Reicht auch nicht. So wie es aussieht, oder? Reicht das? Nein, es reicht nicht. Remorite. Müssen wir mal schauen. Da gibt es ja also Octillery. Octillery auf 50. Ah, reicht leider auch nicht. Es wird immer spannender. Danke, dass du meinen Wunsch angenommen hast. Letzte Folge, ne. Christina Bonsack gemacht. Push mal, wenn du kannst, ein Trike Falo. Pinsir oder Cavalanzas. Trike Falo haben wir eben gerade gesehen. Pinsir. Können wir mal angucken. Pinsir auf... Ah, Pissnir. Geht leider auch nicht. Ist aber schon Best Buddy. Aber Cavalanzas, oder wie der heißt, geht leider auch nicht. Da fehlen leider auch die XL. Wir wollen keine halben Sachen machen. Wir könnten die, die wir haben, verbrauchen. Aber wir wollen ja komplett. Und dann sind wir schon durch. Das heißt... Wie viel haben wir jetzt gemacht? Wir haben keine sechs Stück zusammen. Wir haben viel zu wenig Kommentare oder viel zu viel schon vorher gepusht. Ich glaube, ich lasse mich breitschlagen. Gossi, komm. Weil du es bist. Und weil du unbedingt ein Ponita auf Level 50 haben wolltest. Ein Shiny Ponita. Und weil du so viele tolle Kommentare geschrieben hast. Und dich da voll reingehangen hast. Und ich wirklich merke und sehe, dass dir das Ponita komplett wichtig ist. Möchte ich trotzdem mal ganz gucken. Das haben wir nicht. Das könnte man pushen. Aber dann wird es ja nicht mehr für ein Shiny reichen. Also nehmen wir einfach das größte Shiny, was wir haben. Und werden einfach dieses Shiny Ponita. 1815. Wir gucken mal, welches am höchsten kommt. 1823. 1820. 1810. 1744. 1822. Ja, und dann müssten die schon gewesen sein. Aber von 1330 zu 1815 ging, glaube ich, noch mit am interessantesten. Wir nehmen einfach das. Irgendwie sieht das gut aus. 1330 zu 1815. Pushen das. Einmal für dich. Master Gossi. Grüße gehen raus. Jetzt muss ich mir noch einen Tag dran machen für Level 50. So. Level 50 hier dran. Auch mal so. Das waren also jetzt die Max Out Monday Pushs für diese Woche. Wenn ihr ein Pokémon habt, was ihr cool findet. Euer Lieblings Pokémon. Dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann schaue ich, ob ich das pushen kann. Ob ich das als 100%iges habe. Und nach 50 ziehen kann mit genügend XL Bonbons. Oder wenn ihr jetzt was gesehen habt, wo ihr sagt. Ey. Das wäre gegangen. Macht das mal. Dann schreibt das auch rein. Dann werden wir das nächste Woche Montag machen. Und jetzt gucken wir mal nach dem Ho-Oh. Denn darum sollte es ja eigentlich gehen. Das musst du wieder mit Bindestrich schreiben. Ho-Oh. So. Ungefähr. Ho-Oh. 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 Hier seht ihr alle Ho-Oh, die ich habe. Ich habe hier ein altes, vergammeltes Ho-Oh. Mit 1403. Das ist ein ganz normales Krypto. Wie gut war das? Wer kann sich noch erinnern? Das war beim Video wahrscheinlich mein bestes Krypto-Ho-Oh. Hat 14, 10 und 11. Ist also nicht so krass. Dann haben wir hier ein Glücks-Ho-Oh. Ja. Wir haben hier ein paar Shiny-Ho-Ohs. Je höher die sind, desto besser sind sie ja eigentlich. Wir müssten auch hier ein. Ein, ein, ein. Was ist das? Hier ein 8. Guck mal. 98er mit 15, 14, 15. Okay. Schon von 2018. Also das ist schon alt. Auch hier aus Thüringen. Aber das ist halt kein Hunderter. Das muss noch besser gehen. Haben wir nicht mal. Hier oben. Hier ist ein Shiny-Glücks-Ho-Oh. Das fand ich damals cool. Da habe ich damals gepusht. Obwohl das auch eigentlich komplett schlecht ist. Das kann man eigentlich verschicken. Kommt auch nur auf 3, 8, 2, 5. Jetzt habt ihr hier dieses. Das hatte ich damals gepusht auf Level 40. Stahlflügel, Feuersturm. Also komplett dämliche Attacken. Aber das nutze ich ja auch nie. Ist also auch von damals ein 98er. Mir fehlt, wie gesagt, ein Hunderter. Ich könnte das auch irgendwann versuchen auf 50 zu ziehen. Aber ich werde nur 100% auf 50 ziehen, weil diese teuer sind. Und dann habt ihr schon gesehen, dass hier ein anderes gepushtes ist. Das ist mein Apex-Grypto-Ho-Oh. Das hat auch eine ganz andere Aura. Sieht man ja hier. Das ist viel brutaler. Und das habe ich, nachdem ich es erhalten habe, direkt auf Level 40 gezogen. Weil mir aufgefallen ist, dass ich zwar von vielen legendären Kryptos habe. Aber die eigentlich alle mit wenig WP da unten rum schlendern. Aber Kryptos, die eigentlich mega stark sind. Also das würde stärker sein. Selbst mit 0% EV wäre es als Krypto stärker als ein 100% normales. Und dann habe ich es auf 40 gepusht. Was ja auch ein Ziel sein könnte, dass man jedes legendäre als Krypto-Variante einmal auf 40 zumindest zieht. Das kostet nur ein paar Sonderbonbons. Aber habe ich ja eh am Start. Aber jetzt gucken wir uns mal die Bewertung an. Und ich habe euch nicht zu viel versprochen. Aber zu wenig. Und nee, ich habe mich. Ja. Wow. Krass, oder? 14, 14, 10. Ich weiß. Geht besser. Geht schlechter. Geht irgendwas. Also würde ich auch niemals auf 50 ziehen. Wer weiß, ob man nicht irgendwann mal noch ein Krypto-Horo bekommt. Oder noch ein besseres. Und ich habe schon gesagt. Wenn das durchs Erlösen auf 100% gekommen wäre, hätte ich es erlöst. Ich hätte es einfach erlöst, weil ich 100% sammle und mit den Kryptos an sich gar nicht wirklich was mache. Viele haben es auch erlöst, weil sie sagen, dass die Aura dann viel krasser aussieht. Ich habe es so gelassen. Ich habe es trotzdem mal auf 40, damit ich dann nicht sagen kann, okay, das ist oben im Beutel. Hey. Schreibt eure Vorschläge rein, was wir das nächste Mal maxen sollen oder wollen. Was gibt es noch für coole Pokémon? Sonst denke ich mir ein paar aus, ja. Ich verstehe eh nicht. Es ist immer ein Event. Sagen wir mal ein Elektro-Event. Und ich für die nächste Maxout-Monday-Folge hätte dann Elektro eingegeben und sechs Elektro-Pokémon gemaxst danach, um einfach zu zeigen, yo, yo, yo. Die Leute beziehen sich aber nie auf die Events. Wenn es jetzt auch als dieses Event war, wo da Flabebe drin war, neues Pokémon, hätte man entwickeln können, hätte man hochziehen können, hätte man zeigen können alles. Nö, die Leute sagen, nimm mal ein Shiny, nimm mal ein Shiny hier, nimm mal ein Shiny da. Schade. Vielleicht muss ich dann, wenn zu wenig Vorschläge kommen, wieder das nächste Mal oder nichts geht, halt doch eine Mischung machen aus Zuschauervorschlägen und eigenen Ideen, die aktuell sind. Und dann auch meinen Pokedex vorantreiben, wie wir das eben jetzt auch mit dem Hisui-Voldo-Ball zu Elektro-Ball gemacht haben. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Und wenn ihr euer Krypto-APEX-OO schon habt, schreibt nochmal rein, wie sind eure Werte, wie gut ist es. Mit den Prozent kann ich nichts anfangen, aber ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ich. Müsste jetzt 14, 14, 10 reinschreiben. Hat man wenigstens ein bisschen irgendwie eine Übersicht. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Oder bis heute Abend, 20 Uhr, bei Chill mit Ramses. Ciao.